Herzlich willkommen zurück zum Teil 2 über den Karabiner 98K. Die Munition. Die Munition würde auch ein eigenes Video füllen. Es gab Geschosse mit verschiedensten Kernen, Leuchtspur, Verbesserungen der Grundtypen sowie die B-Patrone. Eine Patrone mit Explosivsatz im Geschoss. Bei Wikipedia steht, dass diese Patrone als Nachtkampfmunition für Maschinengewehrschützen entwickelt wurde, um im Gegensatz zur Leuchtspurmunition die eigene Position nicht zu verraten, da diese einen kleinen Lichtblitz und eine kleine Rauchschwade im Ziel abgibt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie für Bordschützen, also MG-Schützen von Bombern und Erdkampfflugzeugen in den Maschinengewehren genutzt wurde, um einfach einen größeren Schaden an feindlichen Jagdmaschinen zu erzielen. Ich kann dafür aber keine genaue Quelle mehr nennen. Was man häufiger in dem Thema liest, ist die Munition SS, also kleines S, Punkt, großes S, Punkt. Das steht für schweres Spitzgeschoss. Dies war die häufigste Patrone. Von ihr wurden zum Beispiel 471 Millionen Stück produziert und das in den ersten drei Monaten des Jahres 1939. Weiter gab es noch die Patrone SMK, also großes S, Punkt, kleines M, Punkt, großes K, Punkt. Die zweithäufigste. Von ihr wurden im selben Zeitraum 48,5 Millionen Stück gefertigt. Mehr dazu im Link in der Videobeschreibung. Später im Krieg, als Messingsperer verfügbar wurde, wurden auch Stahlhülsen produziert. Diese verursachten regelmäßig Störungen in den Maschinengewehren. Transportiert wurde die Munition vom Soldaten in zwei Dreiertaschen für Ladestreifen. Es passten bis zu drei Ladestreifen in eine Tasche, somit 90 Schuss pro Mann. Meines Wissens nach wurden aber nur zwei Streifen pro Tasche mitgeführt. Die falsche Mäger-Truppe nutzte die normalen Taschen auch, aber in erster Linie ein Patronenbandoulier, das man sich um den Nacken hängt und vorne am Koppel befestigt. In dieses passten 20 Ladestreifen, somit 100 Schuss. Kommen wir zu den Sonderversionen des K98. Hier haben wir ein Gewehr mit Klappschaft. Nachher folgt dann noch ein Bild mit K98k mit abnehmbarem Lauf. Der Karabiner mit Klappschaft wurde zusammen mit der Waffe, mit dem abnehmbaren Lauf, als Experimentalwaffe für Sondereinheiten, wie zum Beispiel Falschemäger in Oberndorf, in sehr geringer Zahl hergestellt. Es gibt dann noch eine Variante mit Kunststoffschaft. Die Mauserwerke in Borsigwalde haben mit Kunststoffschäften experimentiert und diese sind auch extrem selten. Ebenso gab es auch Sport- und Zivilwaffen. Hier ein Foto vom Waffenmuseum in Suhl, das ich vor kurzem gemacht habe. Weiterhin gab es noch den G33-40. Der G33-40 wurde speziell für die Anforderungen der Gebirgstruppe gebaut. Er war kürzer und hatte am Kolben eine Metallverstärkung, um zu verhindern, dass der Schaft beschädigt wurde, wenn man mit den genagelten Gebirgstiefeln gegen den Schaft stieß. Zum G40K habe ich jetzt keine Wilder. Es wurde bis Juli 1942 28 Mal gebaut, zu Testzwecken und von Mauser in Oberndorf entwickelt. Die Lauflänge betrug 490 Millimeter. Kommen wir zu Export- und Lizenzproduktion des Karabiner 98K. Im Hintergrund habe ich einfach als Füllmaterial Aufnahmen der Wochenschau vom 5. März 1945. Das steht jetzt nicht im Zusammenhang mit dem Karabiner 98K, beziehungsweise jetzt nicht bewusst. Der Karabiner 98 wurde in etlichen Ländern unter Lizenz produziert, darunter Schweden, Argentinien, Spanien, Iran, Peru, Chile, Mexiko. China. Für China habe ich widersprüchliche Angaben gefunden, deshalb folgendes nicht 100% für bar in Münze nehmen. Ab 1935 wurde der 98er auch nach China exportiert und wurde dort als Typ 24 bezeichnet. Es wurden etwa 37.000 Stück des Modells bis zum Jahr 1937 hergestellt. Im Austausch gelangten die für die deutsche Rüstung dringend benötigten Metalle Wolfram und Zinn nach Deutschland. Als die Japaner in China einmarschierten, wurde die Produktion gestoppt. Die letzten K98 wurden offiziell bis Ende April 1938 geliefert. Die übrigen wurden mit chinesischen Beschusszeichen an die Wehrmacht geliefert. Japan. Japan bestellte Anfang 1937 20.000 Waffen beim Mauser in Oberndorf mit einer sehr langen Liste an Lieferbedingungen. Diese Liste war aber standardmäßig eigentlich schon abgearbeitet, weil die Anforderungen einfach zum Beispiel waren, dass der Schaft aus Nussbaumholz sein sollte, was ja sowieso der Fall war, und dass die Waffe angeschossen sein musste. Letztlich war die Waffe ein ganz normaler K98k mit einem zusätzlichen Stempel auf den Schaft. Jugoslawien. Hat Beutewaffen bei der Firma Zastava überarbeiten lassen und nach dem Krieg weiter genutzt. Schweden. Der schwedische 98k, im Land selbst M40 genannt, ist eigentlich keine Exportversion. Im Jahr 1939 bestellt Schweden 2.500 Karabiner 98k im Standardkaliber. Diese wurden aus Wehrmachtsbeständen geliefert und waren von den Herstellern Sauer und Sohn sowie aus der Berlin-Suler Waffenfabrik. In Schweden wurden diese Waffen auf das Kaliber 8x63mm umgerüstet, das damals das stärkste Kaliber einer militärisch geführten Handwaffe war. Um den Rückstoß zu mildern, wurde eine Mündungsbremse angebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam man zu dem Schluss, dass die Patrone 6,5x55mm ausreichende Leistungen erbrachte. Die Waffen wurden dann an Israel weiterverkauft. Gleichzeitig wurde 1941-1944 von Husqvarna das Gewehr M96 hergestellt, das auf dem K98 basiert. Dieses hatte das Kaliber 6,5x55mm. Es wurden 20.000 Stück produziert. Diese Waffe ist heute bei Sportschützen aufgrund ihrer Präzision sehr beliebt. Portugal Ab 1931 wurden hervorragend verarbeitete Mauser auch nach Portugal exportiert. Die Waffe hatte keine Stempelplatte am Kolben. 1942 und 1943 wurden auch Waffen aus Wehrmachtsbeständen geliefert. Kommen wir zum Zubehör. Das Bajonett. Das Seitengewehr genannte Bajonett war das Modell 94-98. Die Klingenlänge betrug ca. 25cm, die Gesamtlänge ca. 38cm. Es wurde mit Holzgriffschalen oder Bakelitschalen gefertigt. Von der Firma Icorn wurde auch ein Experimental-Bajonett in kleiner Stückzahl gefertigt. Dieses hatte einen Werkzeugsatz für den Karabiner im Griffstück enthalten. Der Winterabzug Angeblich wurde der Winterabzug im Winter 1941-42 von Heeressoldaten entwickelt. Das Heeresverordnungsblatt vom 10. Oktober 1944 sagt dazu, Zitat, für den Karabiner 98k wird ein Winterabzug eingeführt, mit dem die Waffe auch mit Handschuhen und Fäustlingen abgefeuert werden kann. Das Gewehrgranatgerät oder auch Schießbecher genannt und 1942 eingeführt, wurde auf den Lauf aufgesetzt und geklemmt. Es hatte Entfernungsmarken bis 250 Meter. Es verschoss 30mm Granaten. Grundsätzlich gab es drei Arten, Panzerbrechend, Hochexplosiv sowie Spezialmunition. Darunter fallen die Gewehrblendgranate oder die Gewehrnebelgranate. Von jeder dieser Art gab es verschiedenste Modelle, auch Übvarianten. Die Hochexplosiv-Variante Weitschuss hatte sogar eine Reichweite bis 500 Meter. Insgesamt wurden ca. 1,5 Millionen dieser Geräte produziert. Das Grabenmagazin gab es schon im Ersten Weltkrieg in einer anderen Variante. Für den 98K war es einfach ein umgearbeitetes MG30 Magazin. Hier ein Bild aus dem Waffenmuseum in Suhl. Schalldämpfer HUB-23 Anfang 1942 wurden mehrere Firmen unter dem Decknamen HUB-L mit der Entwicklung eines Schalldämpfers beauftragt. Auch die SS experimentierte an einem Modell. Nach mehreren Versuchen entschied man sich für den Vorschlag eines Feldwebels Schulze, der dann übernommen und eingeführt wurde. So konnte der Schussknall um 75% reduziert werden. Natürlich nur unter Verwendung einer speziell entwickelten Nahpatrone SS. Durch die reduzierte Mündungsgeschwindigkeit von nur noch 220 Meter pro Sekunde wurde die effektive Reichweite aber auf 300 Meter herabgesetzt. Das war es jetzt erstmal mit dem Zubehör. Es gab noch unendlich viel weiteres kleines Zubehör wie Systemschützer aus Leder, Ölhaut oder Segeltuch. Vorrichtungen für das indirekte Schießen aus einem Schützengraben heraus über Winkelspiegel dann noch einen Zielspiegel mit dem der Ausbilder nebenan liegen kann und praktisch beim Rekruten prüfen kann wie er durch Kimme und Korn durchvisiert ob sein Visierbild stimmt auf das gehe ich jetzt nicht ein. Die Zielfernrohre gibt es unendlich viele das wird eigentlich ein eigenes Video werden und da habe ich selbst ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung von den vielen Varianten. Kommen wir zur Nachkriegszeit. Die Mauserwerke produzierten unter französischer Kontrolle nach dem Krieg für die Wiederaufrüstung Frankreichs weiter. Norwegen nutzte die in Norwegen vorhandenen Lagerbestände für seine Marine. Hier seht ihr ein Bild von meinem Karabiner das steht für Küstenartillerie und der wurde wohl nach dem Krieg in Norwegen bei der Marine eingesetzt und hat dann seinen Weg wieder irgendwie nach Deutschland gefunden. Die Sowjetunion hat große Mengen 98k erbeutert. Diese wurden zerlegt und in Einzelteilen eingelagert. Nach und nach wurden die Waffen an andere kleinere oder kommunistische Staaten abgegeben oder verkauft. Dazu wurden die Waffen nicht nummerngleich wieder zusammengebaut und mit einem X auf der Systemhülse gestempelt. Hier ein Bild eines Maschinenkarabiners im Waffenmuseum in Suhl mit eingeschlagenen X. Das X soll zwei gekreuzte Gewehre symbolisieren. Es sollen wohl auch zwei gekreuzte Gewehre gestempelt worden sein. Aufgrund der Größe ist das aber meist nur als X erkennbar. Zusätzlich wurde eine Seriennummer oberflächlich eingraviert. Die DDR nutzt zum Beispiel ebenfalls den K98 für die Volkspolizeieinheiten. Auch der Bundesgrenzschutz der jungen Bundesrepublik wurde anfangs mit erheblichen Mengen Wehrmachtsmaterial ausgerüstet. Zu guter Letzt die Bundeswehr. Noch heute werden vom Wachbataillon für den Protokolldienst, also bei Staatsempfängen, schussunfähig gemachte K98k genutzt. Es soll aber auch noch einige wenige scharfe Waffen für das Abfeuern von Salutschüssen geben. Ja, dann bedanke ich mich mal für die Aufmerksamkeit. Als nächstes werde ich wohl mal das Leopard 2 Fahrvideo im Gelände in Angriff nehmen, das ich noch auf Englisch übersetzen muss, auf Zuschauerwunsch. Und dann will ich eigentlich noch ein Leopard 2 Video machen über eine Gewässerüberquerung, das auch die Bundeswehr selbst auf ihrem Kanal veröffentlicht hat. Und ja, ich habe es eben von der anderen Seite gefilmt. Also bis zum nächsten Mal. Servus.